Alles klar, bibelklar! Alles klar, bibelklar! Da gibt es ein ganz nettes YouTube-Video, das müsst ihr euch mal anschauen. Einfach erklärt, wie wäre es, wenn du nur in zwei Dimensionen leben würdest. Das wird dann mit so kleinen Figürchen dargestellt als Flachländler, wo alles nur flach ist. Die kennen also nur Breite und Länge, keine Tiefe. Und dann kommt von außerhalb eine Figur, wo die dritte Dimension auch intus hat, unsere tiefen Dimensionen. Und die Flachländler sind außer sich, weil wie gibt es das? Ist das ein Geist, der da irgendwie reindenken kann in diese... Der sieht natürlich von einer ganz anderen Perspektive und der hat einen ganz anderen Weitblick und das hat nichts mit Zauberrei zu tun oder mit Dingen. Das sind nur völlig unterschiedliche Dimensionen. Und das ist für mich sehr gut vergleichbar. Gottes Dimension ist so unvorstellbar großartig. Gott hat solche Dimensionen gewiss... Davon habe ich noch nicht einmal Ahnung, dass es solche Dimensionen je geben könnte. Gleichzeitig ist er aber auch in der, sage mal, Flachländler-Ebene, wo er nur unsere menschliche Ebene anspricht. Gleichzeitig alles. Und er hantiert diese Dimensionen auf ganz normale Weise. Nur ich mit meinem Horizont packe das gar nicht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, zeitloser Gott, der schon vorher weiß, was passieren wird und dann darauf dementsprechend reagiert und alles in einer Harmonie und durchplant und wunderbar. Aber ich, ich stehe da in meinem kleinen Flachländer-Modus mit meinen kleinen drei Dimensionen und die Zeit geht immer nur auf einer gleichbleibenden Schiene. Ich bin so beschränkt. Wenn ich dann lese in der Bibel, dann komme ich auf Paradoxe. Ich sehe Paradoxe, die, eben weil ich in meinen Dimensionen festhänge, mir einfach nicht erklärbar sind. Wie kann das denn beides gleichzeitig sein? Und es ist aber beides gleichzeitig. Wer kennt den Sinn des Herrn und den Ratschluss des Herrn? Und nichts und niemand kann seiner Weisheit irgendwas bieten oder das Wasser reichen. Das ist fantastisch. Dann gibt es einen sehr interessanten Vers. Hat nicht ein Töpfer Macht, aus einem Klumpen zu machen, ein Gefäß zu ehren und das andere zu unehren? Nun, der Logik halber, das ist wieder die eine Perspektive. Natürlich, der Töpfer kann mit seinem Ton ja machen und anfangen, was immer er will. Aber dann kriege ich es wieder schwer zu denken, ja, wie ist es auch möglich, dass Gott Gefäße zur Unehre macht, herstellt. Und da ist schon der Wurm drin bei dem Gedanken, wie wenn Gott ursächlich sie macht, nur weil er sie erlaubt. Das würde bedeuten, wenn ich sage, er macht dieses Gefäß so schlecht, dass es in die Verdammnis kommt, dass er das Böse macht, herstellt. Er stellt es aber nicht her, sondern er lässt es nur zu. Herstellen tut sich das Böse selber. Gott erlaubt es. Gott ist ja nur gut. Er kann nicht versucht werden vom Bösen und selbst versucht er natürlich niemanden zum Bösen. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr? Und nicht vielmehr, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe? Selbstverständlich. Daran hat Gott wohlgefallen. Das ist sein Wunschwille. Hier kommt es, das möchte Gott. Und das würde er gerne erreichen. Er kann aber nicht zwingen. Damit Gott hasser zu Gott liebhabern werden, indem er sie einfach überstülpt. Sein Heil geht nicht. Gleichzeitig zwei Perspektiven, die aber so für mich aus meiner Sicht gar nicht zusammenstimmen können, weil ich so sehr festhänge in meinen Denkmustern. Ich selber muss alles machen. In Wirklichkeit ist es, er macht in mir, was gut und wunderbar ist. Und da bin ich ein Topf und ein Gefäß zu seiner Ehre. Der Herr macht alles zu bestimmten Ziel. Auch den Gottlosen für den bösen Tag. Der Herr macht den Gottlosen nicht böse. Der Gottlose macht sich selber böse. Aber der Herr sorgt dafür, dass er dann dasteht, um gerechtes Gericht zu empfangen. Und das ist nichts anderes als absolut gut. Und da kann man Gott keinen Vorwurf machen. Und ich stehe hinab in das Töpfers Haus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Der Töpfer macht aus dem Ton das, was ihm gefällt. Aber was heißt das? Wird Gott jemals Böses machen? Fehlerhafte Gefäße. Wird er solche schaffen? Er ist dabei, auf seiner Scheibe Gefäße zu machen, die sein Bild widerspiegeln. So wie Jesus Christus. In Heiligkeit, Gehorsam, Unterworfenheit, Liebe. Das ist seine gute Absicht. Und diesen Wohlgefallen würde er mit allen Menschen erreichen, wenn die es wollten. Sie wollen es nicht. Und nun, dann ist immer die Schuldfrage zu geben. Herr, du kannst doch nicht sowas zulassen, dass Menschen in die Hölle kommen. Man hört die Argumentationen, das geht doch nicht. Rette doch die gesamte Menschheit. Tu was. Lass dir was einfallen, dass die Hölle leer wird und der Himmel voll. Ja, natürlich, das wäre nach Gottes Sinn. Aber er muss dem Bösen zufolge. Muss er etwas tun. Er muss es rächen. Da geschah das Herrn Wort zu mir und sprach, Kann ich nicht also mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel? Wie dieser Töpfer, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton ist in des Töpfers Hand. Ja, wir sind ausgeliefert dem Allmächtigen. Er ist der Töpfer. Er gibt das Leben. Er hat mich auf seiner Scheibe. Er macht aus meinem Leben das, was ihm gefällt. Das gilt für jeden Menschen. Aber wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das ihm wiedervergolten werden müsste? Niemand. Niemand kann sagen, Gott muss aus mir das und das machen. Es ist seine Gnade und sein Vorsatz, den er hantiert. So wie er es macht, macht er es richtig. Er ist der Töpfer. Er hat das volle Recht. Und nun kommen diese ganzen menschlichen Schuldzuweisungen. Aber Gott, jetzt schau dir doch mal an. Wenn das dann so ist und du bist der Töpfer und du hast die alle so auf deiner Scheibe, die ganzen Menschen. Und das ist wieder der Flachländer. Der denkt so, ich sehe das so. Herr, das ist ja völlig ungerecht. Du musst alle Menschen wieder gebären und du musst deinen Heiligen Geist in alle Gotthasser hineingeben, dass sie dich lieben. Die wollen dich aber gar nicht lieben. Aber du musst das so tun. Ja, ich will dich lieben. Ich habe Gnade bekommen, um es zu wollen. Es ist auch nicht mein eigenes. Das Wollen und das Vollbringen bist du. Mein Gott, du bist es. Du hast es doch getan. Warum tust du es nicht in allen anderen gottlosen Weltmenschen? Herr, es ist deine Verantwortung. Du bist schuld. Und weil diese Schuldzuweisungen, die natürlich unmöglich sind, weil wer ist Gott und wer bin ich, da geht jetzt interessanterweise, Jeremia geht dann gleich weiter und er schreibt etwas. Und er sagt etwas von einer Perspektive, wo man denkt, die hat überhaupt nichts mit dem Ton und Töpfer zu tun. Und doch hat diese Perspektive gleichzeitig mit dem Ton und Töpfer genau das Gleiche von einer anderen Perspektive betrachtet. Es ist das Gleiche. Und hier, jetzt lesen wir, wie ist es denn mit dem Ton, der auf der Scheibe des Töpfers ist? Wie dreht sich die Scheibe? Wie benimmt sich das Ganze? Dann sagt er, Plötzlich rede ich wieder ein Volk und Königreich, dass ich es ausrotten und zerbrechen und verderben wolle. Wo es sich aber bekehrt von seiner Bosheit, da wieder ich rede, so soll mich auch reuen das Unglück, das ich ihm gedachte zu tun. Und plötzlich rede ich von einem Volk und Königreich, dass ich es bauen und pflanzen wolle. So es aber Böses tut vor meinen Augen, dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so soll mich auch reuen das Gute, das ich ihm verheißen hatte zu tun. Was? Was ist jetzt los? Jetzt wird die andere Perspektive von der Töpferscheibe betrachtet. Es ist genau das Gleiche, aber eine andere Perspektive ist aber genau die gleiche Sache. So spricht nun zu denen, zu Judah und zu den Bürgern zu Jerusalem. So spricht der Herr. Siehe, ich bereite euch ein Unglück zu und habe Gedanken wieder euch, gegen euch. Darum kehre sich ein jeglicher von seinem bösen Wegen und bessert euer Wesen und euer Tun. Jetzt kommt die Aufforderung. Ich habe im Sinn, euch ganz schlimmes Unglück zukommen zu lassen, weil ihr so böse seid. Bessert euch. Bekehrt euch. Kommt in Bewegung in die richtige Richtung. Ton in meiner Hand. Du musst auch selbst mit dabei sein. Und das ist das, wo diese beiden Perspektiven sich scheinbar botzen und nicht zusammenpassen, aber sie sind eine Einheit. Der Ton ist eine selbstbestimmende, eine selbstständige Marionette. Eine freiwillige Marionette. Ist ja ein Paradox für sich. Es ist aber die gleiche Sache von den unterschiedlichen Perspektiven. Und so spricht Gott sein Volk an. Kommt ihr und reagiert auf mich. Ich habe euch auf meiner Tonscheibe jetzt, ich weiß von meiner Perspektive sowieso, was angeht mit euch. Das ist meine Sache. Aber ich rede hier und heute in deinem Jetztleben, in dein Erdenleben. Komm, diene mir von ganzem Herzen und zwar so, wie es sich gehört. Wunderbar. Solltest du aber meinen Geist in deinem Leben dämpfen, ihm widerstehen. Ja Mensch, du bist auf der Scheibe. Denke nicht, du bist kein Ton. Aber wo gleichzeitig er der reagierende Ton ist, der Ton, den Gott in seiner Hand hat, der wird auch sich dann wenden zur richtigen Bußfertigkeit. Das gehört zusammen. Beides gehört zusammen, was ich eigentlich ausschließlich denke. Ich denke, das kann doch nicht sein. Die beiden Dinge. Entweder bin ich nur passiver Ton, mein Leben ist in Gottes allmächtiger Hand, er ist für alles voll verantwortlich und ich habe nichts weiter damit zu tun, weil ich bin der passive Ton. Ich kann nichts, bin nichts, habe nichts. Gut, das stimmt schon. In dir selber hast du kein Vermögen. Es wird dir gegeben von Gott. Aber dieses Glauben, dieses Reagieren auf den Heiligen Geist, das ist etwas, was einen lebendigen Ton ausmacht. Das ist das, worum es Gott geht und wo er dann sagt, aber zu den Israeliten zum Beispiel, aber sie sprachen, daraus wird nichts. Wir wollen nach unserem Gedanken wandeln und ein jeglicher tun nach dem Gutdünken seines bösen Herzens. Das war die direkte Antwort auf das prophetische Wort, wo der Herr zu ihm gesagt hat, kehre sich ein jeglicher von seinen bösen Wegen und bessert euer Wesen und euer Ton. Ihr sollt euer Wesen verändern. Oh, das kann ich ja gar nicht. Ich bin ja nur der Ton in des Töpfers Hand. Nein, du bist lebendiger Ton. Alle Perspektiven, das gehört in eine große Einheit. Du bist Gottes Kind und das zu glauben, Gott lebt in dir. Du reagierst geistgemäß auf seine Worte und es berührt dein Herz und dann funktioniert das und der Ton wird ein Gefäß auf der Scheibe Gottes und es dreht sich in den richtigen Wegen und du wirst geformt. Die Liebe Gottes, die formt dich zu einem fantastisch schönen Gefäß, wo der Inhalt des Gefäßes wieder der Heilige Geist sein wird. Wunderbar, fantastisch und das stimmt überein. Beides stimmt überein und da geht es nicht darum, dass ich sage, ich kann doch nichts dazu oder das wegtun. In einer gewissen Weise, ja, du bist beschenkt aus Gnade, du bist nicht aus Verdienst, dass du sagen kannst, ich habe es mir aber verdient durch meine Leistung oder durch meine treuen Jahre, die ich dem Herrn gedient habe. Nein, all das ist Lüge. Das ist nicht so. Es ist seine Gnade, die du glauben darfst durch seinen Geist in dir. Okay, hier ist das gute Gefäß. Wunderbar, da funktioniert das. Die Liebe wird beantwortet. Gott gibt dann wieder seine Herrlichkeit in dein Innerstes, so dass es immer ein Wachstum zu Jesus, mehr Reinheit, mehr Heiligkeit, mehr Ganzherzigkeit, das wird immer intensiver. Herrlich. Wie ist es bei denen, die eben nicht eingehen darauf? Die sagen hier, wie die Israeliten, daraus wird nichts. Wir wollen unser Ding, wir wollen dem Ego nachhetzen und unsere Lüste fördern und meine Fleischlichkeiten, die ja mein Gewissen erzeugt, die nicht gut sind. Aber ich will das haben. Gott weiß alles. Seine Perspektive ist allüberschaubar, alle Situationen, alles hat er im Griff. Aber meine Menschlichkeit, reagiere doch hier und heute, wo du vielleicht erkennen kannst, wie sündhaft bin ich in mir selber. Halt, ich muss was verändern. Da muss eine Weichenstellung kommen hier und da in meinem Leben. Aber das muss von mir ausgehen, da muss ich nicht warten, bis mir die Taube, die Gebratene aus dem Himmel herunterfällt. Nein, reagiere. Wir sehen uns bei meno. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.